Ich habe nicht ganz herausgefunden, wieso es bei mir jetzt alles brennt, aber... Wahrscheinlich, weil Cookie Nato seinen Tipp befolgt hast. Weil ich zu nahe am... Zeugsbaut habe. Kann ich jetzt... Äschen kann ich auch sammeln, geil. Untersuch ein knorriger Baum. Gut, also los, liebe Tuti, ich komme jetzt im Fall wieder heim. Weil ich habe 21 Spinnen jetzt, das muss einfach längen. Ist mir gleich, es muss jetzt längen. Vor allem brauche ich auch wieder etwas zu essen. Ich hätte schon gerne einen neuen Auftrag. Jetzt warte, bis sie kommen. Bis ich zuhause bin. Hast du dich jetzt geheilt? Mir bräuchte noch etwas Neues für das Scheisse-Kommando. Ey, ist das Noto-Kotzei. Scheisse-Kommando. Muss ich das Scheisse-Kommando übernehmen? Kann ich, kann ich. Aber ich komme jetzt zuerst einmal das Spinnen-Netz in Sicherheit bringen. Ist das auch etwas? Also in Sicherheit... Dann kannst du nicht zum Scheisse überlaufen. Zum Scheisse überlaufen. Gibt es nur dieses Portal, oder gibt es auch noch ein anderes Portal? Ah, es gibt noch eins. Es gibt nur eins. Wo ist es? Wo ist es? So. Den Has, den holst du selber. Den bringe ich dir nicht. Oh, da hat es ja viele Hasen in diesen Fallen drin. Also. Gold kommt hier. Dann die Spinnen-Netz habe ich hierhergelegt. Ähm, die Rüsen... ...tue ich auch hierherher. Was hat man hier noch? Holz-Kolle. Ähm... Äh... Äschen? Kannst du noch hier haben? Hey, aber die Äsche musst du in die Ruhe nicht tun. Die Weizen sonst weg. Ah, echt jetzt? Mhm. Oh, warte, ich habe zuerst Hunger. Ich muss zuerst etwas essen. Ja, bis dann nehme ich sie weg. Nein, nein, nein. Oh, das geht mega schnell. Nein, ich hasse sie noch. Ich hasse sie noch. Äh, öffne die Ruhe. Da. So. Okay. Äh... Soll ich die Äsche und das Eis dort reinlegen? Ja, das Eis schmilzt so oder so. Ja, das Eis ist schon geschmolzen. Ähm, ich weiss gar nicht, wo ich mit Peter rennen soll. Den tue ich einfach irgendwo rein. Äh, dann habe ich die Steine... Feuersteine. Ähm... Das ist für mich... Da muss ich behalten. Das Fleisch hast du noch gerne, hast du gesagt. Von dem habe ich noch mehr. Äh, dann... So viele Zwiegen brauche ich eigentlich auch nicht. Ein bisschen haben ist immer gut. So viele Steine brauche ich eigentlich auch nicht. Gut. Also, ich wäre bereit für den nächsten Auftrag. Ah, nein, halt! Ich muss... Ähm, ich muss nochmal... Rüstung machen. Ich brauche einen Helm. Und... Äh, wo ist da Holz? Wo haben wir Holz? Ich würde sagen, dein nächster Auftrag ist Holz zu schlagen. Äh... Nein, ernsthaft! Wir brauchen wirklich Holz. Ja, ja, das ist okay. Ich mache mir zuerst aber eine Rüstung. Äh, da brauche ich jetzt noch... Seilchen. Oh. Äh, wir kommen in Besuch rüber. Von wem? Von Höllehunden. Wo? Jetzt dann gerade so, wo du stehst. Dann wird es aber Zeit, dass ich mich hier richtig ausrüsten. Wäre von Vorteil, ja. Gut. Dann kann ich das Gold aber wieder ablegen. Das Gras kann ich auch wieder ablegen. Hallo? Ah, weisst du was? So viel Gras brauche ich auch nicht. Wo kommen sie denn? Dort, wo du hinstimmst. Es wird rot. Vielleicht ist es mega viel Monsterfleisch. Sag ja nicht, sie kommen bei mir hier. Sie kommen bei allen. Super. Welches Trockenfleisch hier kann ich schon nehmen? Dann ist alles fertig. Did you hear that? Hey, wenn ich im Fall nicht zuerst zu meiner Rüstung und zu meinem Zeug komme... Ja, aber dann musst du jetzt Vollgas geben. Also du kannst ja davor rannen. Du setzt schneller. Kleines Trockenfleisch und getrocknetes Fleisch gibt's. Ah, okay. Okay. Also ich höre etwas, aber ähm... Passieren tut nichts. The beasts are approaching oder so. Was ist das? Wir kämpfen da zusammen. Also. Kommt nur. Wir sind parat. Da. Es kommt. Weg. Zack. Da. Von dir. Da. Next. Ah, da ist noch mal einer. Hey, ich klicke immer auf dich. Dann geht es aufs Fenster. Du musst einfach F drücken. F? F. Sag doch das. Wie kämpfst du denn du? Jetzt musst du sagen, dass die Spielen immer mit Klicken bekämpft. Ja. Natürlich. Okay, das erklärt so einiges. Ich wusste doch nicht, dass ich F drücken muss. Da hat mir nie jemand gesagt. Doch. In dieser Folge. Boah, ich habe vorher gefragt. Dann habe ich ihn nicht zugelassen. Das ist höchstwahrscheinlich korrekt, ja. Also, wohin soll ich? Oh nein, jetzt gehe ich nie mehr hin. Ich habe zwölf Leben. Ups. Und da sind noch blöde Dinge. Und die haben noch Jungs. Gut, aber weisst du was? Ich muss schnell eine Pinkelpause machen. Und ich glaube, ich kann alles so lassen, wie es ist. Ich bleibe einfach da schnell beim Feuer stehen. Ähm. Ich werde das schon überleben, oder? Ja, ja. Das ist safe da. Eben, ja. Du schützt mich. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, aber ja, ja. Ich verlasse mich auch nicht darauf, aber äh. Ich bleibe einfach mal hier stehen und bewache das Feuer. Beziehungsweise ich schaue, wie fest das Feuer brennt. Und äh. Ich komme dann gerade wieder. Irgendwann. Sobald ich einmal herausgefunden habe, wo mein Pauseknopf ist. Ähm. Der. Aber eigentlich irgendwo einen Sumpf gefunden. Einen Sumpf hätte es irgendwo gehabt, ja. Da. So. Also, ich komme gerade wieder. So. 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 Wo bin ich gar nicht? Ich will, wie gesagt. Es geht jetzt через drei Dörferstil. Ist das alles zu sagen? Ja, genau. Vielen Dank. Das war's für heute. Das sind natürlich keine rote Äschen mehr, ja f*** ich eigentlich. Oh ja, ist schon vorbei. Das ist aber schnell gegangen. Ja, ich klatsche so 10 Minuten in der Tufel oder 10 Minuten nach, aber es ist nicht so das, was ich da stehe. Boah, das fühlt frisch. Ich glaube, bei dieser Frust kann man in der Nacht fischen. So, ist jemand da? Nein, wir sind alle tot. Alle tot. Also gut, da muss ich ja nichts machen. Da kann ich ja einfach hierbleiben und ein wenig hängen. Tag 24, ich kratze mich. Ähm, ich habe dir 20 Spinnennetz gebracht. Ich will jetzt wissen, wie ich tanzen kann. Ja, du drückst Y. Ja. Dann machst du Slash. Also was machst du Slash? Tipp Slash. Dann hast du doch den Chat aufgemacht. Ja. Ja. Dann machst du Slash. Also, wie mache ich denn Slash? Ähm, 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 ähm. Kukinato, erklär, wie man Slash macht. Shift 7. Der Kukinato ist um Ziv 6 zu zocken. Shift 7. Weles ist Slash? Sägen wir es schnell! Shift 7. Das ist der Gitarist von Guns N' Roses. Sehr gut. Aber jetzt habe ich irgendetwas gegessen. Ah, so. Uiuiui. Yeah Baby! Dankeschön! Ich wusste, dass es bei der Jugend der Computerskill mega nachlässt. Aber dass es schon bei den 40-Jährigen ist. Ja, das ist bedenklich. Ja, sorry. Ich tanze jetzt einfach mal eine schnelle Runde. Eigentlich hätte ich das vorher machen sollen, bevor ich auf dem WC bin. Hey, und wieso hat es da nichts zu essen? Wieso hat es da nichts zu essen? Weil ich jetzt beschäftigt bin, ist es sein Job. Und du musst auch für Holz sorgen. Ah, ich muss für Holz sorgen? Ja, das hättest du früher sagen können. Das habe ich gesagt. Kannst du im Falle dort einfach einen Scheisspuffel-Scheiss machen. Ja, ich komme am nächsten Tag runter. Aber jetzt gehe ich sehr schnell Holz so. Aber schau jetzt, Gamerocket. Ich habe oben so zwei kleine Wäldchen gemacht. Und du schläfst immer nur die grössten ausgewachsenen Bäume und schläfst einen geschlagenen Baum gleich mit einem Tanzapfen an. Das nennt sich nachhaltige Baumwirtschaft. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin gerade am Hasen sammeln. Ja, Hasen muss dich doch auch noch sammeln, hast du gesagt. Ja, das kannst du auch machen. Und dort bitte die Falle auch ersetzen, wenn sie kaputt sind. Ah, dazu muss ich noch so blöde Fallen bauen. Also ich kann schon mal nicht deine Töchter schicken zum Spielen. Ich glaube mit denen wäre das deutlich konstruktiver. Ist gut, ich habe im Falle jetzt schon fünf Hasen gesammelt, was willst du? Und eine Falle ersetzt. Also, es geht schon, es dauert aber einfach eine Zeit. Wow, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Hat es zu essen in der Basis? Äh, ich bin am Machen. Also nein, ich bin nicht am Machen, ich bin nur am Fleisch sammeln. Was mache ich mit dem Fleisch? Also zuerst muss ich die Tasse mal umnieten, oder? Wäre von Vorteil, ja. Und dann gibt es sicher ein gutes Rezept, wie ich so Fleischbällchen machen kann. Was brauche ich da dazu? Du brauchst einfach eins Fleisch, plus noch dreimal Beere oder Rüeble oder sonst irgendwas. Oder noch drei andere Fleisch. Wir haben einfach noch genau zwei Holz. Also, ich hacke jetzt einfach mal irgendein Holzstück ab. Oh nein, es wird Nacht. Ich mache das nicht. Wir haben noch genau zwei Holz. Du hast noch Holz im Inventar. Ja, noch sechs. Ja, das denke ich. Gut. Ich habe keine Beere gefunden. Und keine Rüeble. Die haben wir hier oben mal abgepflanzt, oder? Ja, die sind aber irgendwo dort oben. Warte, eine Fackel, eine Fackel. Und jetzt kann ich die in die Hand nehmen, oder? Und jetzt kann ich doch Beere sammeln. Aber da ist alles abgerodet. Ich kann es nur anzünden. Und der Rüeble hat es da auch nie. Du kannst auch vier Fleisch rein tun. Sie ist halt leider ziemlich verschwender. Ist aber besser als ich. Also gut. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh jetzt weg da, du dumme Hand. Geh weg, habe ich gesagt. Die Gastel ist im Stream. Ah, die Hals ist noch alt. Entschuldigung. Danke. Gut. Also. Vier Fleischbölle muss ich rein tun, oder? Drei? Du musst immer vier Zutaten rein tun. Immer vier. Okay. Kannst du noch ein Holz rüber tun, bitte? Ja. Mach ich gerade. Also. Holz sammeln, hast du gesagt. Muss ich. Und welche Bäume soll ich abkicken? Und welche Bäume soll ich ihn sein lassen? Ah, okay. Du tust nur die Bäume, die komplett ausgewachsen sind. Und wie sehe ich, ob jetzt ein Baum komplett ausgewachsen ist? Und wenn er gross ist. Wie gross ist gross? Ähm. Ja. Geh mal beim Wald schauen und vergleich mal. Ich brauche eine neue Abstandart. Ich brauche jetzt die Jerky an der Trockengestell aufhängen. Also das Monsterzeug. Nein, das Monster, das kannst du nur zum Kochen brauchen. Oder wenn man einen Vogel hätte, dann könnten wir dort Eier damit machen. Das heisst. Einer von euch wäre cool, wenn er würde in Sumpf gehen und Schilf sammeln würde. Und ich würde sagen, Karl machst du das. Weil der... Ja, der Gamerocker, dem haben wir jetzt gleich das Holz beigebracht. Also ich tue nur Holz, ich tue nicht nachhaltig auf. Nein, du bitte aufforsch. Das ist ein wirkliches Problem im Winter. Ähm, und wie mache ich das? Du musst den Stumpf, den musst du noch ausschuffeln. Vom Baum. Ja, ich hoffe, du hast den Schuffeln. Ja. Nein, das ist die Heugabel. Ich brauche doch keine Heugabel. Ich brauche doch keine Heugabel. Und wenn du wegschuffelt hast, dann darfst du dich auf den Zappen setzen. Also, ich brauche eine Schuffel. Kann ich nicht machen, weil... Ich da wahrscheinlich muss dastehen. Nein, ich kann keine Schuffel machen. Königliche Schaffel. Ich will doch ganz eine stinknormale Schuffel machen. Schaufel. Doch. Wie ist es gegangen? Ah, da gibt es eine königliche Axt. Wieso sagt mir das niemand? Ich habe noch nie gehört. Du kannst eine königliche Axt machen. Ich habe jetzt gerade festgestellt. Dann mache ich das Nächste. Also, ähm... Und dann wieder neu setzen? Oder was? Was hast du gesagt? Und du setzt an der Stelle, wo du den Stumpf ausgebudelt hast, einfach den Tannenzapfen. Und dann wachst du den neuen Baum. Okay, ist gut. Ich komme langsam daraus. Und wenn du eben einmal die grössten Bäume nur umtust, dann gibt es immer zwei Tannenzapfen. Sprich, wir haben immer mehr Tannenzapfen, als du abholzst. Dann können wir einen neuen Wald abpflanzen. Aha. Schön. Das ist der Plan. Das sieht gut aus. Also. Ich hake jetzt einfach noch eine Zeit lang Holz, damit wir wieder Holz haben. Oh, ich habe noch Fleisch bei mir. Und ich merke gerade, dass ich am Verhungern bin. Mist. Mist. Ja, was? Du hast auch noch den Essdienst. Das heisst, du musst noch einmal im Tag alle Fallen absammeln. Und immer auch noch das Gras abhernten, was dort rund um die Fallen herum ist. Das ist das, was ich jetzt in den letzten paar Tagen gemacht habe. Du musst ja einen mega stressigen Job, aber... Ja, siehst du? Basisverwaltung. Für eine Kriegerin? Das ist... Das geht in dem Fall nicht. Ich meine... Alternativ gehst du Netzchen farmen. Ja. 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 Kriegerin. Ähm... Ja, ist gut. Ich kümmere mich mal da und... Zeug. Das ist ja okay. Aber wehe... Es passt ihnen nicht, wie ich es gemacht habe. So, also wir haben wieder 30 Holz. Das muss man vorläufig länger. Ähm... Fallen, abgrasen. Hast du noch gesagt, Zöli. Ähm... Warte, ich muss so viel Licht das Holz... Hier nochmal reinlegen. Weil das könnte man ja brauchen. Ich lege das Fleisch auch mal schnell rein. So, und... Ähm... Schaufeln möchte ich eigentlich... So. So. Oh, oh! Ich bin ja am verhungern. Ähm... Ähm... Gut. Glück gehabt. Ähm... Kann ich auch brauchen zum Kochen, gell? Ja, du kannst z.B. 1 Monsterfleisch, 1 normales Fleisch und dann noch 2 beliebige Zutaten. Aha, aber eben die 2 beliebigen Zutaten habe ich nicht. Z.B. Beere, wenn die nachgewachsen sind. Ja, die sind eben noch nicht nachgewachsen. Und wenn das Karas schon Schilf geholfen hätte, dann könnte mit dem Monsterfleisch den Vogel füttern und dann gäbe es Eier und dann könnte man Schinkenspecke machen mit Eier. Oh, das klingt nicht bei 7 Days sehr gut. Ja, genau. Wo ist das Karo eigentlich? Das ist eine gute Frage. Legt ihr überhaupt noch? Ist die andere Frage? Äh... Nicht, dass du den eigentlich bauen konntest. Hast du ein Rezept. Also ich habe immer gehabt. Ich weiss nicht, dass du ihn hast. Da liegt also kein Rucksack. Komm. So, den noch. Und dann muss ich wieder retour, so wie es aussieht. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Das ist gut, den brauche ich den Rucksack finden. Den müssten ich beim... bei der Falschlinge sein. Krassschirmen, Kompass, Rucksack. Du hast ja so ein geiles Netz um dich rum. Was läuft? Ja, ich war beim Bienen machen. Können bitte die Blumen und Bienennester einmal sein lassen? Weil die brauchen wir, um Honig zu produzieren. Ja. Ähm... Ich habe jetzt hier im Kochtopf... so Monsterfleisch. Kann ich das auch mit drei... normalem Fleisch noch kochen? Ja, oder mit drei Beeren wäre natürlich der Beste. Ja, aber Beeren hat es eben keine mehr. Ich hätte noch vier. Ähm... Wie sieht es eigentlich aus hier mit trockenem Fleisch? Hast du... hast du zu essen? Nein. Nein. Dann warte... Ich kann da noch bevor es vergammelt. Danke. Das kommt gerade richtig. Weil ich bin nämlich schon fast am Verrecken gewesen. Und du kannst ja noch die 2.000... Nimm noch die 2.000 Top raus. Dann hast du noch ein bisschen Reserve. Sehr gut. Und ich bin auch gerade Neues am machen, weil ich kann noch... Kann ich auch 2 Monsterfleisch machen? Nein, das geht nicht. Aber ich habe noch ein Beeren. Das kann ich noch rein tun. Also, dann gehe ich da wieder weg. Dann kannst du das jetzt da rein tun. Gut. Ähm... Also, was soll ich jetzt machen? Ja... Hast du schon genug Holz gesammelt? Ähm... Wie viel hat es denn da? 18? Dann mach noch Holz. Habe ich mir schon gedacht, dass du das jetzt sagen wirst. Also gut, dann klappen wir weiter an diesem Holz rum. Geht das auch mit F? Nein. Das geht mit Leertasten. Mit den Leertasten? Aha. Nein, nicht den abhacken. Den hätte ich gerne, dass du abhacken würdest. Genau. Wie sieht es eigentlich so von der Scheisse aus? Ja, kommt irgendwann. Und Schilfe machst du auch? Was noch? Sie klatschen voll hin und her. Stirbel laufen. Stirbel laufen. Stirbel laufen. Nein, nicht den abhacken. Also dann kannst du zuerst Schilfe machen, weil es ist bald Winter und man braucht unbedingt einen Vogel. Und wo finde ich Schilfe? Im Sumpf. Im Sumpf. Und wo finde ich Sumpf? Das weiss ich nicht. Gamerocker hat gesagt, es gäbe Sumpf. Äh... Korrektur. Ich mag mich nicht erinnern, irgend so etwas in dieser Art und Weise gesagt zu haben. Natürlich. Wie sieht man Sumpf auf der Map? Ah, sieht so ein wenig pinkig aus. Es sieht nicht nach Sumpf aus auf meiner Map. Kannst du mal schauen Marja? Oder haben wir alles? Nein, wir haben noch nicht alles. Also sehen wir alles gleiche? Nein, leider nicht. Also ich sehe recht wenig. Ja... Ich schaue gerade schnell. Ähm... Boah! Ganz ganz weit unten. Hier, wo ich bin. Hier, wo ich bin. Ah nein, halt. Das ist kein Sumpf. Nein. Die gehören Bienen. Ja, die sind auch uns. Das sind unsere Bienenlieneste. Haben wir Bienenlieneste? Aha. Ich habe mal zwei gemacht. Ja, aber ich muss schauen, dass ich morgen nochmal los kann. Und wir brauchen echt mehr Netze. Wir haben zu wenig Netze. Also Marja, du machst jetzt heute noch Holz und morgen kannst du netzen. Nein, wir müssen das vor dem Winter drin halten, sonst können wir es vergessen. Hör doch auf! Ich will doch nicht netzen! Schon wieder ein, ich muss ... ... rumnetzen. Du bist der Kampfcharakter. Ich bin für die Scheisse zuständig. Nein, du machst ja die Schilfe. Nein, aber du musst jetzt erst einen Sumpf suchen. Der Marion hat doch gesagt, dass er einen Sumpf hat. Nein, es hat keinen Sumpf dort. Also, ich wissen. Äh, du, da hat es einen Vogel. Kann ich den irgendwie ... Kann ich den angreifen? Du sollst Holz machen. Habe ich gemacht. Da hat es schon ... Ja, ich habe dann einen Sumpf gesucht. Aber zuerst mache ich jetzt da noch gleich ... Hast du jetzt von der Axt angekommen? Wenn jetzt ... Die Wohle brauchen wir ja auch, oder? Ähm ... Wahrscheinlich reicht die Wohle, die wir jetzt haben. Also, Scheisse braucht man nur. Also, ich habe nochmal Wohle dabei. Okay, dann haben wir sicher genug. Dann mach wirklich Hilfe. Hilfe ist jetzt das Wichtigste. Es geht nicht mehr so lange bis zum Winter. Das Problem ist, dass ich nicht weiss, was Sumpf hat. Echt nicht. Also, ich im Fall auch nicht. Ich mit Sicherheit auch nicht. Gibt es noch irgendeine unentdeckte Orte auf der Karte? Ja, es gibt. Aber ich muss da einfach weiterlaufen. Wie sie Basis liegt. Nicht zentral. Ja, ich weiss, sie liegt ziemlich scheisse. Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Wie denn so? Also, ich finde nicht, dass sie scheisse liegt. Aber wieso kann ich kein Licht machen? Weil ich kein Holz habe. Das ist ja super. Ich bin am Hacken. Weinen gestört. Ja, das nützt mir viel dort oben, wo du bist. Lass ihn hacken. Lass ihn nicht demotivieren. Sag ja, machst du gut. Also ja, machst du gut. Aber ich muss im Fall selber Holz haben. Weil... Wir stehen kurz vor Nacht. Und ich bin nicht gleich der, der... ganz so schnell dort oben ist. Ausser dich zu teleportieren. Und das kann ich auch nicht. Nein, es wird doch nicht geatet. Oh nein, halt eben nicht. Du, die Bäume... die verdüren... Irgendwann, oder? Ja... Das ist ja der normale Lebenszyklus der Natur. Aha. Ah, da gibt es einen Lebenszyklus? Das kennen halt die Städter nicht. Hm. Nein. Gut... Nein, ich schlafe ihn ein. Ich brauche jetzt wieder die Schaufeln! Ja, tut noch alle zusammenrotten. Wird mal nacht. Nein, 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 ich soll jetzt gerade noch nie wachnacht werden. Doch, ich sollte hier noch die Dingschere, damit ich dann losgehen kann. Dingsuchen. Das Problem ist, dass ich wieder mal kein zu essen habe. Aber das werde ich unterwegs noch. Wo sind sie da? So. So. Das Gras soll ich auch noch mitnehmen, hast du gesagt. Ah, jetzt grabt er es aus, du Dübel. Du Dübel. Nein, nicht hier oben ausgraben. Ja, ich tue es gerade wieder einpflanzen. Ja, aber das musst du wieder düngen. Nein, ich habe noch nie Probleme. Da, Holz. Ah, ich habe noch 6 Fleisch. Da, bei mir. Wieso habe ich die mitgenommen? So. Oh, ich höre schon wieder irgendetwas. Bist du das gewesen, Schutti? Das war ich, ja. Okay. Okay. Kannst du noch ein Flaschbill einsammeln? Was soll ich einsammeln? Ah, okay. Das ist ein Hochtopf, ja. Weil ich habe ziemlich viel, was ich noch nachkochen kann. Da kannst du mal deine Tasche voll machen. Ja. Sehr gut. Brauchst du noch so Sämli? Was habe ich da noch? Fäulnis? Was ist denn das? Oh ja, schmeisst sie auch nicht. Ich brauche es im Dünnen. Da? Kannst du den Flaschbillen nehmen? Ja, nehme ich gerne. Oh. Jetzt habe ich dir aber genug. Jetzt habe ich wieder drei, vier. Ja, nimmst du den oben auch gerade? Das Kana ist ja weit weg. Dem können wir im Moment nichts geben. Also, soll ich jetzt Schilf suchen, oder was? Oder mach so, ja. Spreche da ja. Wir brauchen jetzt einen, muss jetzt Schilf machen heute. Ja, aber wo könnte das sein? Also, ich müsse jetzt eigentlich Essen holen. Dann machst du Essen und der Gamerocker geht schilf. Nein, der Gamerocker geht... ...netzen. Nein, muss ich schon wieder spinnen? Wir haben wirklich zu wenig Netze. Wir haben nur noch 13. Und wie viel brauchst du? 200. Mach noch so 20-30. 20-30. 20-30 Netze? Ja, ist okay. Du bist mir ein geiler Secher, echt. 20-30 Netze. Beeren wir in den nächsten Weisen, oder? Beeren brauchen wir für das Zeug zu kochen. Aber jetzt gibt es noch Meteoreinschlag. Wo? Da haben wir unten. Da kommen Meteors kurz zu fliehen. Meteors. Ja, aber das ist eigentlich ein positives Ereignis. Also, wenn man sie einfach abfliegt, bin ich nicht gekommen zu. Dann nicht so ja. Also Spinnen habe ich das richtig erfasst. Spinnennetze sind wichtiger als Schilf, oder? Ja, ja, weil wir brauchen etwas zum Twinkle-Käppchen zu machen. Also, liebe Spinnen, hier bin ich. Kommt! Äh, F, F, gell? F hast du gesagt. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Oh nein, jetzt ist noch mein scheiss Speer abhanden gekommen. Okay, zum Glück habe ich noch ein Speer auf Reserve. Wow! Geil. Ich habe in der Kiste ein wenig Futter drin in den Kochtöpfen. Packst du hier am besten mal voll? Oh, ich habe noch nichts mitgenommen. Also, ich muss jetzt durchreden. Was soll ich den Dünger machen? Einfach mal hinlegen, sonst ist im Moment gerade alles durchgedüngt. Hast du noch Grasbüschel mitgebracht, zum Pflanzen für uns das Grasfeld? Ja. Dann pflanze doch die und du kannst gleich die Dünger damit mit. Und Tannenzapfen habe ich auch noch. Oh, das wird verdammt knapp. Genau. Also nochmal Fleisch und Beere, gell? Es hat noch schon fertig gekocht in der Truhe. Ich teile sie nicht mit Kontrollen. Ja, aber nimm doch gleich alle. Also. Also Grasbüschel werden hier gepflanzt. Pflanze nicht ablegen. Okay, ich sehe, sobald abend wird, werden die Spinnen verdammt aggressiv. Das habe ich sicher schon zweimal gesagt heute. Nein, ich habe gemeint nur in der Nacht. Ich bin davon ausgegangen, das zählt nur für die Nacht. Und den Widerung. Also die Widerung wird und die Nacht vermittelt. Aber dann könnte ich dir das zu Hause machen. Also die Widerung. Die Widerung. Die Widerung ist das mal wieder. Ich bin ein weiteresanaus. Und dann würde ich ihn nicht bekommisch? Ja, ja, ich sehe, ich sehe. Es kommt, es kommt. Langsam, aber es kommt. Ah, vielleicht sollte ich noch schauen, ob ich ein Feuer machen könnte. Sehr gut, okay, ich habe ein paar Sachen wieder mal gekocht. Ich bin also zufrieden. Jetzt habe ich es doch geschafft, neun Spinnennetze zu sammeln. Es kommt langsam. Es kommt langsam, es kommt langsam. Das mit F ist ein sehr guter Tipp sein. Äh, kann ich kochen? Das würde ich mal deine Frau fragen. Das tut mir ein sehr vernünftiger Tipp. Wieso regnet es jetzt? Hat das Auswirkungen auf das Feuer? Ja, hat es. Das ist aber nicht gut, oder? Ja, da ist einfach noch ein bisschen Holz drin, aber ich nehme Schaden, das finde ich jetzt viel schlimmer. Wieso nimmst du Schaden, wenn du? Ich nehme einen Roboter drin. Ich sage noch einmal schnell Fleischbäller, Fleisch und Beeren. Eines Fleisch und Beeren, ja. Drei Beeren, oder? Genau. Ja, wenn es keine Beeren hat, kann ich halt auch nicht Fleischbällerchen machen. Du kannst auch vier Fleisch machen. Oh, ich bin ja auch alle mein Holz versaut. Na ja, kommt schon gut, kommt schon gut. Oh, jetzt habe ich irgendwie eine vierte Anzeige. Eine vierte? Ja, der Tropf unten dran ist zu tun. Was ist der Tropf unten dran? Das heisst, du bist nass. Nein, du bist nass. Du bist nass. Ich höre, eins nass. Ich auch. Das schlägt auf die Stimmung. Gut, man schlägt eh alles auf die Stimmung. Ich muss schnell irgendwie... Ah, die Beeren gehen auch nicht schnell zum Pflamm. Zum... Das Zeug tut einfach nicht schnell. Und nicht schnell wachsen. Also, jetzt müsste ich noch weiter richtig süden, wenn ich so einen Umf suche. Soll ich das machen? Ja, also, wie probieren wir es? Also, es ist schon verdammt weit. Ja, aber irgendjemand muss es machen. Ja, ja, ich... Ist schon... Sollte man sich vor dem Regen irgendwie schützen? Es gibt den Regenhuhn, glaube ich, sogar. Ja, der nützt ein bisschen etwas, ja. Aber, wenn ich das richtig höre, nicht wirklich viel. Ja, wenn du den Regenhuhn in Kombin mit dem Regenschirm hast, dann bist du voll geschützt. Ja, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Scheisse, jetzt habe ich mich gerade irgendwie... Ja, ich habe die Karte gerade sehr blöd gekehrt. Ich weiss nicht, wo durchlaufen. Drück her. Ja, 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 sobald die Spinnen weg sind. Ich muss sie wieder so haben. Ah, du verdammtes Vieh! Nimm das! So. Ähm... Wie habe ich sie eigentlich gerne? Äh, so. So komme ich draus. Gut. Okay. Gell, der Tios, wo du stehst.